nicht. Das ist wahr. Und wenn nun jemand bei diesen Gegenüberstellungen Bedenken hat, dann soll er sich bitte umsehen und etwas Besseres vorbringen, als das jetzt Gesagte. Hat er aber nur, als ob er Wunder was Schwieriges verstanden hätte, seine Freude daran, unsere Aussagen mal nach der einen und mal nach der anderen Seite zu zerren, dann ist seine Mühe die Sache nicht wert. Wie unsere gegenwärtige Untersuchungen zeigen. Denn so etwas ist weder sonderlich beeindruckend noch schwer auszudenken. Jenes andere aber ist schwierig und zugleich schön. Was denn? Das, was wir auch früher schon gesagt haben. Man lässt von so etwas die Finger, setzt sich vielmehr nach Möglichkeit in die Lage, dem Gesagten zu folgen, indem man jeden einzelnen Gedankenschritt überprüft. So etwa, wenn jemand sagt, dass, was irgendwie anders ist, sei zugleich auch dasselbe oder dasselbig seiende anders. Und zwar in dem Sinne und in der Hinsicht, in der er eine der beiden Bestimmungen jeweils zuschreibt. Aber dasselbe als anderes erscheinen zu lassen, ohne näher zu sagen, wie und die Andersheit als selbig oder das Große als klein und das Ähnliche als unähnlich und sich daraus dann ein Vergnügen zu machen, indem man immer wieder solche Widersprüche vorträgt, das ist keine ernsthafte Untersuchung, sondern offenbar der unreife Versuch von jemandem, der das Seiende eben erst angerührt hat. Das stimmt. Aber auch der Versuch, lieber Freund, alles von allem zu trennen, ist ein sinnloses Unterfangen und zeugt zudem von einem gänzlich ungebildeten und unphilosophischen Gemüt. Inwiefern? Weil es die restlose Vernichtung jeden vernünftigen Sprechens bedeutet, wenn man alles voneinander löst, denn nur aufgrund der Verwobenheit der Ideen miteinander gibt es vernünftige Rede. Das ist wahr. Du siehst, wir haben vorhin genau zur rechten Zeit den Kampf gegen solche Leute aufgenommen und sie zu dem Zugeständnis gezwungen, dass einiges sich mit anderem vermischt. Wieso? Weil dadurch auch vernünftige Rede eine der Gattungen des Seienden ist. Denn gäbe es vernünftige Rede nicht, so hätten wir auch keine Philosophie. Und das wäre wirklich ein böser Verlust. Wir müssen uns jetzt aber auch noch darüber einig werden, was vernünftige Rede ihrem Wesen nach ist. Hätte man sie uns genommen, in dem Sinne, dass sie in keiner Weise ist, dann wären wir nicht mehr in der Lage, überhaupt etwas zu sagen. Man hätte sie uns aber genommen, wenn wir zugegeben hätten, dass es keinerlei Mischung von irgendetwas mit irgend anderem gäbe. Das ist richtig. Nur habe ich noch nicht begriffen, wieso wir uns jetzt noch über die Rede verständigen müssen. Vielleicht wird es dir am leichtesten klar, wenn du Folgendes überlegst. Was denn? Das Nichtsein hat sich doch für uns als eine Idee wie jede andere erwiesen, und zwar ausgestreut über alle Seienden hin. Ja, das stimmt. Somit müssen wir jetzt überlegen, ob es sich auch mit Meinung und Rede vermischt. Wieso? Mischt es sich nicht mit ihnen, dann muss notwendigerweise alles wahr sein. Wenn es sich aber vermischt, dann gibt es auch falsche Meinung und falsche Rede. Denn das Nichtseiende zu meinen oder zu sagen, das ist doch wohl die Falschheit in Denken und Reden. So ist es. Gibt es aber die Falschheit, dann auch die Täuschung. Allerdings. Und wenn es Täuschung gibt, dann ist notwendig, auch alles voll von Bildern, Ebenbildern und Scheinbildlichkeit. Das ist so. Der Sophist aber, so stellten wir doch fest, hat sich gerade in diese Gegend geflüchtet. Er bestreitet ganz einfach, dass es überhaupt so etwas gibt wie Falschheit. Das, was nicht ist, könnte auch niemand denken oder sagen. Am Sein habe eben das Nichtseiende in keiner Hinsicht irgendeinen Anteil. So haben wir ihn verstanden. Inzwischen hat sich aber herausgestellt, dass es sehr wohl am Sein teil hat. Dagegen würde auch der Sophist wohl nicht mehr ankämpfen. Vermutlich aber würde er behaupten, dass nur einige Gattungen am Nichtsein teil hätten, andere aber nicht. Und zu den Nichtteilhabenden gehörten eben auch Rede und Meinung. Dementsprechend dürfte er darauf bestehen, dass er so etwas wie Bildeproduktion und Scheinbildkunst, innerhalb derer wir ihn ja angesiedelt haben, überhaupt nicht gibt. Da Meinung und Rede keine Gemeinschaft mit dem Nichtsein hätten. Ohne eine solche Gemeinschaft könne es aber Falschheit überhaupt nicht geben. Das ist der Grund, warum wir uns jetzt erst einmal Rede, Meinung und Vorstellungsbild vornehmen müssen, um herauszubekommen, um was es sich bei ihnen eigentlich handelt. Sobald das deutlich geworden ist, werden wir auch ihre Gemeinschaft mit dem Nichtsein einsichtig machen können und somit wäre die Falschheit als etwas Seiendes nachgewiesen. Nach einem solchen Nachweis können wir dann auch den Sophisten daran festnageln, wenn das alles mit ihm so stimmt. Andernfalls müssen wir ihn eben wieder loslassen und ihn im Bereich einer anderen Gattung suchen. Oh ja, lieber Gast, wir hatten wohl schon recht, als wir zu Anfang vom Sophisten sagten, dass dieser Zunft nur äußerst schwer beizukommen ist. Man sieht ja, Schutzwelle hat er zur Genüge. Und hat er sich hinter einen verschanzt, so muss man diesen Wall erst erstürmen, bevor man an ihn selbst herankommt. Mit Mühe nur haben wir uns soeben durch den ersten Wall, dass das Nichtsein nicht sei, durchgeschlagen. Schon ist ein neuer aufgeworfen. Und es muss nun der Nachweis geliefert werden, dass es sowohl in der Rede als auch in der Meinung Falschheit geben kann. Dahinter ist vielleicht noch ein Wall und dann wieder einer. Wer weiß, ob überhaupt jemals ein Ende zu sehen ist. Lass den Mut nicht sinken, lieber Theatet, solange es überhaupt noch vorwärts geht und sei es in kleinsten Schritten. Wer in solch einer Lage schon aufgibt, was soll der erst tun, wenn er einmal gar nichts erreicht oder sogar wieder in seine Ausgangstellung zurückgeworfen wird. Schwerlich wird so jemand, um mit dem Sprichwort zu reden, jemals eine Stadt einnehmen. Aber jetzt, mein Lieber, wo das von dir genannte Problem durchgestanden ist, haben wir damit doch die starkste Mauer genommen. Was noch bleibt, ist sehr viel leichter und schneller zu erledigen. Das höre ich gern. Also nehmen wir uns jetzt erst einmal Rede und Meinung vor. Davon sprechen wir ja die ganze Zeit und prüfen genau, ob auch an ihnen nichts seinhaftet oder ob beide in jedem Fall wahr sind. Es also Falschheit schlicht nicht gibt. Einverstanden. Los denn. Was wir bei den Ideen und Buchstaben festgestellt haben, daraufhin müssen wir auch die Wörter befragen. Dann wird das jetzt Gesuchte schon irgendwie zum Vorschein kommen. Und was ist es, worauf wir bei den Wörtern achten sollen? Ob alle Wörter zusammenpassen oder überhaupt keine oder einige wohl, andere aber nicht. Es ist doch wohl so, dass einige sich zusammenfügen lassen, andere aber nicht. Ich nehme an, du meinst, dass Wörter, die hintereinander gesprochen, etwas aussagen, zueinander gehören, dass diejenigen aber, deren Aneinanderreihung keinen Sinn ergibt, nicht zusammenpassen. Wie soll ich das verstehen? So, wie du es meiner Meinung nach verstanden hattest, als du mir eben zustimmtest. Es gibt doch zwei Weisen, wie wir uns in der Sprache über das Sein äußern können. Welche sind das? Die eine nennt man Nennwörter, die andere Aussagen. Das musst du mir näher erklären. Eine Äußerung über Zustände nennen wir doch Aussage. Ja. Das Zeichen der Sprache dagegen für dasjenige, was sich in solchen Zuständen befindet, heißt Nennwort. Das stimmt. Nun ist es doch so. Nennwörter allein, auch wenn sie unmittelbar hintereinander gesagt werden, ergeben niemals eine vernünftige Rede. Ebenso ist es mit den Aussagen, wenn man sie ohne Nennwörter ausspricht. Das verstehe ich nicht. Du musst doch etwas anderes gemeint haben, als du vorhin einverstanden warst. Denn genau das wollte ich sagen, dass eine reine Aneinanderreihung von Worten noch keine vernünftige Rede ergibt. Wieso denn? Nimm etwa geht, läuft, schläft oder ähnliches. Solche Aussagen bezeichnen Zustände, ergeben aber allein, auch wenn man sie alle hintereinander ausspricht, noch keine vernünftige Rede. Natürlich nicht. Aber auch wenn man Löwe, Hirsch, Pferd sagt, also Nennwörter gebraucht, durch die diejenigen genannt werden, die sich in solchen Zuständen befinden, auch dann entsteht durch eine solche Aneinanderreihung noch keine vernünftige Rede. Denn weder im ersten noch im zweiten Fall können die gesprochenen Wörter irgendetwas aussagen. Weder einen Zustand noch einen Nichtzustand. Weder das Sein eines Seienden noch das eines Nichtseienden. Solange man nicht Nennwörter und Aussagen mischt. Dann aber passt auch gleich die erstbeste Zusammenstellung und wird zur Rede. Sozusagen die grundlegende und kleinste Form von Rede überhaupt. Wie ist das gemeint? Wenn etwa jemand sagt, der Mensch lernt, dann haben wir doch auch, deiner Meinung nach, die kurzeste Formulierung und die Grundform von vernünftiger Rede vor uns. Ich meine schon. Denn mit einer solchen sagt er bereits etwas aus, über Seiendes oder Wörbendes, Vergangenes oder Zukünftiges. Er nennt nicht nur etwas, sondern bringt durch diese Verbindung von Nennwort und Aussage wirklich etwas zustande. Deswegen sagen wir ja auch, dass er redet und nicht nur nennt. Wir haben für diese Verbindung den Namen Rede. Das ist richtig. So wie also die Dinge teils zueinander passen, teils nicht, so ist es auch mit den Zeichen, die wir mit der Stimme geben. Es gibt welche, die nicht zueinander gehören, aber auch solche, die zusammenpassen und somit wirkliche Rede ergeben. So ist es. Nun haben wir aber noch folgende Kleinigkeiten. Was denn? Rede muss doch, wenn sie wirklich Rede sein soll, Rede von etwas sein. Rede, die keine Rede von etwas ist, kann es nicht geben. Das stimmt. Und außerdem muss sie noch eine bestimmte Beschaffenheit haben. Natürlich. Schön, dann wollen wir jetzt einmal den Blick auf uns selber richten. Das wäre nicht schlecht. Ich werde dir jetzt eine Rede vorführen, indem ich mithilfe von Nennwort und Aussage ein Ding mit einem Zustand verbinde. Wovon die Rede ist, musst du dann sagen. Ich will es versuchen. Theätet sitzt. Diese Rede ist doch wohl nicht zu lang. Nein, sie hat genau die Mindestlänge. Deine Aufgabe also ist es jetzt, zu sagen, über wen die Rede ist und wovon. Ganz klar, über mich und von etwas an mir. Wie ist das aber mit folgender Rede? Ja, bitte? Theätet, derjenige, mit dem ich mich jetzt unterhalte, fliegt. Man kommt nicht umhin, auch in diesem Fall zu sagen, dass es eine Rede ist, von etwas an mir und über mich. Nun wissen wir doch, dass jede Rede eine bestimmte Beschaffenheit haben muss. Ja. Und wie sieht es damit bei diesen beiden aus? Die eine Rede ist eben falsch, die andere wahr. Und diejenige, die wahr ist, sagt über dich das Seiende aus, das es ist? Natürlich. Die falsche dagegen, das andere des Seienden? Ja. Sie sagt also nicht Seiendes als Seiendes aus. Offensichtlich. Das zwar Seiend ist, aber anderes als das Seiende, welches über dich zu sagen ist. Denn so hatten wir festgestellt, an jedem, was es gibt, ist viel Seiendes, aber auch sehr viel Nichtseiendes. Allerdings. Die letzte der beiden Reden über dich muss doch zunächst einmal entsprechend unserer vorherigen Bestimmung von Rede die schlechthin kürzeste Form von Rede überhaupt sein. Darüber waren wir uns einig. Außerdem muss sie Rede von etwas sein. So ist es. Wenn sie aber nicht Rede von etwas an dir ist, dann von gar nichts weiterem. Sicher nicht. Als Rede von nichts wäre sie dann aber überhaupt keine Rede. Denn das hatten wir ja schon klargestellt, dass eine wirkliche Rede unmöglich Rede von nichts sein kann. Selbstverständlich. Wenn nun über dich anderes als selbiges ausgesagt wird und nichts Seiendes als Seiendes, dann dürfte doch wohl eine solche Verbindung von Aussagen und Nennwörtern wirklich und wahrhaft eine falsche Rede darstellen. Das ist wahr. Aber jetzt weiter. Wie ist das mit Denken, Meinung und Vorstellungsbild? Eigentlich ist es doch schon klar, dass alle drei in unseren Seelen als falsche und als wahre vorkommen. Wieso? Du wirst es leichter begreifen, wenn du mich zuerst erklären lässt, was jedes Einzelnen ist und worin es sich von den übrigen unterscheidet. Bitte, ich höre zu. Denken und Rede sind doch dasselbe. Nur haben wir für die Unterredung, die die Seele im Inneren mit sich selbst führt, ohne Stimme, einen eigenen Namen, nämlich Denken. Ja, natürlich. Dasjenige dagegen, was aus der Seele durch den Mund hinausfließt, was als laut hörbar ist, wird Rede genannt. Richtig. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.